Hallihallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Farquay 4. Ja, wir haben uns ja vor dieser Festung hier ausgelockt und ich dachte mir mal, das war... Da mal reingehen. Vorsicht, Bienen. Ach da. Ich bin hier einmal schon mal rumgegangen. Und habe hier dieses Wasserloch gefunden. Irgendwann, da kommen wir ins Kerninnere. Man soll es ja nicht alleine probieren, aber man ist immer so wahnsinnig im Kopf. Man ist immer verrückt, man ist immer doof. Und man denkt dann doch immer, ah, schaffe ich schon. Wir probieren es einfach mal. Das wird uns sicherlich richtig was einbringen, wenn wir... Hallo? Okay. Nöö. Wir sind schon auf dem Weg. Ach man. Ui. Ich warte nicht. Du oder ich? Dann lieber du. Oh, die wollen uns ausräuchern. Ja, können sie ja mal probieren. So. Oh, der Typ, der ist mal knallhart. Oh Gott. Jo. Verbrenn dich mal selber. Kollege. Was haben wir denn noch? Oh. Heiß, 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 heiß! Toll, warum werfen wir denn, Köder? Oh, okay, jetzt wird's... Oh, heavy, wenn die jetzt aus der Luft kommen... Da müssen wir uns jetzt mal richtig anstrengen, wa? Okay, ja, für euch! Scharfschützen! Hubschrauber, Hubschrauber sind immer gefährlich! Ah,これ, ja! Oh, ja! So! Oh, dieser Hubschrauber, ne? Das könnte ein Problem werden! Ja, aber du kennst den Tod! 69 Schuss haben wir noch... Ja, 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 ja! Ja, das ist ein Schatz. Ja, 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 ja! Hm. Ei, 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 ei. Okay. Oh, die ist leer. Wo war denn der Kerl? Da. Wieder nicht. Oh ja, Headshot, Baby. Oh ja. Du Schraubbe, ja. Ich hab noch vier Kugeln. Damit könnten wir ihn doch eigentlich runterjagen, ne? Ah, geil. Noch einer. Noch einer. Oh ja. Das deutsche Art der Hertz hat. Oh ja. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, ich bin da, ich bin da. Und ich bin da, ich bin da. Anh seht mal ganz schön? Ich bin da, ich bin Bauch. Und ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Und ich bin da. Diese Wurme können wir für später gebrauchen. Na dann. Ich jetzt? Ja, ja. Boah, ich hänge fest. Toll. Puh, nochmal Glück gehabt, ne? Wieso? Royal Army, Aufklärungsbericht. Oh, hier sind Mollys. Eieieieieieiei. Ii! Ii! Norn! Bring mir nachzende! Heute werden wir gestalt. Hey, so hier. Uah! Uah! Ihr seid tot, hier. Arsch meint. Nö. Bin noch da, bin noch da. Ah. Das war nichts. Wie? Wieder nicht. Jetzt aber. Wollt ihr mich veräppeln? Oh, wie viele Hubschrauber kommen denn da noch? Oh, ja. Oh, ja. Oh, oh, oh. Okay, mach das. So wie es jetzt. Der hat nur ihr. Okay. Dann probier's mal. Wo ist er denn? Ah, die Suchschrauber, die gehen da nicht auf den Zeiger. Wo sind wir hier Soldaten? Okay, jetzt ist er hier. Oh, Hubschrauber. Ah, noch eine. Super. Ach, da sind wir auch leer. Ach, Mensch. Was machen wir denn jetzt? Hm, da geht's wieder in den Boden. Hier lag doch eben so ein großes Maschinengewehr, ne? Leute, Leute, Leute. Aber was haben wir uns da nur eingelassen, ne? Hm, bräuchte ich den irgendwie? Jetzt könnte man den so richtig ablatschen, ne? Okay. Okay. Kann der uns vielleicht helfen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier. Feuer frei. Ja, geil. Echt jetzt? Oh, lass los. Hat das echt nicht geklappt? Oh, jetzt fliegt er rum. Was sagen wir dann so rum? Ja, dafür ist auch noch Zeit. Was haben wir hier? Eile. Hm, ein Haufenweise Kokain. Ein bisschen ablecken. Hilfe ist auf dem Weg. Ah, er qualmt schon. Ah, so. Ich glaub, die Unterstützung, die da kommt wird gleich tot sein. Denn da außen haben wir ja die Minen. Und da kommt der geflogen. Ja. Okay, das ist eine gute Ablenkung. Schnell, Linger. Shit, ey. Jawoll! Geile Sache. Ja, das ist doch erstmal ein ruhmreicher Sieg. Oh, das haben wir natürlich neue Aktivitäten. Jetzt haben wir dem goldenen Pfad ja mal eine richtige Mega-Festung gegönnt. Ich bin beeindruckt, Bruder. Du hast Pauls Festung alleine erobert. Du hast Mohans Feuer. Sorg dafür, dass Paul sich daran verbrennt. Aber sowas vorne. Ja, cool. Hat das ja doch geklappt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die Hubschrauber, die waren schon echt lästig, ne? Wenn du dann nicht wirklich gute Munition dafür hast, ne? Du, hilf mir. Ich bin eine Geisel. Ja, ja. Meine Familie haben sie auch. Bitte, du musst sie retten, sonst tut es niemand. Ich mach das schon. Wo sind sie denn? Na ja, gut. Ich wollte auch erstmal nur diesen Posten für uns gewinnen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lass doch ein Abo da. Und ich würde sagen, man sieht sich bei der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, let's play Farquay 4.